So Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir haben letztes Mal den Rowenta Roboter getestet. Wie ist der? Das ist Dobby, unser Staubsauger-Roboter. Seid ihr zufrieden damit? Sehr. Sehr gut. Deswegen haben wir tatsächlich den Handstaubsauger besorgt von Rowenta, den Xplorer. Das zeige ich euch mal ganz kurz. So sieht er aus. Das Ding werden wir jetzt gemeinsam testen. Und ich bin schon sehr gespannt, wie es wird. So Leute, die genaue Bezeichnung ist Rowenta X-Force Flex 1460. Und wie ihr seht, wir haben hier 200 Airwatt, 99,9% Filtration der Bakterios. Digitale Kontrollanzeige, 32,4 Volt Akku und eine Stunde und 10 Minuten sogar. Und was ich schon mal ziemlich cool finde, man sieht hier, man hat hier LEDs. Das ist schon ziemlich nice. Und hier vorne können wir den Arm knicken, was ziemlich wichtig ist, wenn ihr zum Beispiel unter die Couch kommen wollt. Aber das haben wir jetzt sehen. Ich würde sagen, wir packen nochmal das Ganze aus und dann sehen wir, was alles dabei ist. Und wir haben hier 7 Plus Zubehörteile und natürlich ein Animal Kit, nämlich gerade wichtig für Fiona und Moke, unsere beiden Katzen. So, ich würde sagen, packt mal aus, Ladies. Und dann gucken wir uns mal an, was alles drin ist. So, was haben wir drin? Einmal die erste Schicht. Okay. Erst mal die kleinen Teile, ne? Ein Netzteil. Dann einmal ein Düsenaufsatz. Okay. Einmal ein Düsenaufsatz für Polstermöbel. Cool. Auch direkt schon. Da ist das dieses Animal Kit. Das ist bestimmt das Animal Kit, ne? Das waren auch, wie du gesagt hast, mit den LEDs. Okay, cool. Bestimmt. Ja, mit dem Bürstchen hier. Mhm. Damit die die Katzenhaare, Hundehaare aufsaugen. So, und jetzt kommt das Hauptteil. Vorne sind die LEDs. Mhm. Bürste natürlich unten rum. Das dreht sich hier. Bisschen flexibel. Ja. So, jetzt kommt bestimmt das Hauptteil hier unten. Genau. Das Herzstück, der Motor, das ist interessant für mich. Mal gucken, wie viel Kraft das hingehört. Sieht auch immer nice aus. Sehr futuristisch. Richtig futuristisch, ja, wollte ich auch gerade sagen. Also, der sieht auf jeden Fall mega schick aus. Hier unten Einhandbedienung. Mhm. Ja. Okay. Sehr schön. Der Akku zum Tauschen ist auch schon dabei. Hier ist unsere Distanzleiter. Oh, dann warte mal, das ist eine Folie, das will ich abziehen. Cool. Eine Kontrollanzeige haben wir hier. Wie viele Stufen machen wir? Mal gucken. Okay. Okay. Surface. Insgesamt haben wir 1, 2, 3, 4 Stufen, Leute. Hier haben wir einmal die Akku-Anzeige. Da steht 20% gerade geladen. 34 Minuten kann es saugen auf dieser Stufe. Auf diese Stufe 13 Minuten. Auf diese 5 Minuten. Und auf Max 3 Minuten. Okay. So, was ist das hier, das Rote? Können wir das, was macht man damit? Das müssen wir noch herausfinden, was das kann. Okay. Holen wir den Akku raus. Den Akku. Sehr schön. Dann haben wir hier einen Knopf. Was für ist das zum Entleeren? Ah, da kommt der Filter raus. Den kann man entleeren. 0,9 Liter passen hier rein. An Staub, Haaren, Dreck. Okay. Das ist schon mal ganz gut vom Volumen her, wenn man so ein ganzes Haus saugt. Sehr gut. Was ist das hier für eine Bürste? Wie kann man die Bürste abmachen? Ach, da bleibt glaube ich dran. Ja, die bleibt dran. Und dann musst du einfach diesen Hauptteil da anschließen. Pack mal aus. Das ist das Flexrohr, womit ihr mühelos unter die Couch kommt. Ohne sich zu bücken, ne? Ohne sich zu bücken. Sehr cool. Kann man das drehen noch irgendwie? Ne, das geht nicht. Und hier auch nicht? Nein, hier kommt genau. Einmal die Hochzeit. Bitte. Easy going. Ich verstehe nicht ganz, wofür das hier ist. Aber ich glaube, es liegt einfach daran, dass schon der Einsatz da drin ist. Wenn ihr es abmacht, könnt ihr direkt loslegen, ohne einen anderen... Stimmt. Der lustige rote Knopf hier vorne ist quasi der Boost. Oh cool. Sobald ihr den loslasst. Das heißt, man muss nicht direkt das Tauschen, das Programm tauschen, sondern man kann einfach draufdrücken. Wenn du irgendwas Schweres aufzusaugen hast, drückst du einfach kurz. Lässt ihn da los und er geht wieder in seinen Monus zurück. Das ist richtig praktisch. Das ist mal eine coole Sache. Sehr, sehr cool. So, hier haben wir noch einen Austauschfilter. Okay. Praktisch, weil hier ist auch einer drin. Da dreht ihr einmal das Innenleben raus. Der Vorteil bei denen ist, die sind wiederverwendbar. Das heißt, ihr wascht die. In der Zeit benutzt ihr den anderen, den Wechselfilter. Wenn der trocken ist, könnt ihr die immer wieder tauschen. Und dann setzt ihr den einfach mit einem Dreh wieder rein. So. Zack. Und das ist alles innerhalb von Sekunden. Haben wir die Filter getauscht und ihr könnt weitermachen. So sieht er jetzt stark fertig aus. Die Düse vorne dreht sich auch so much mit. Ihr könnt gucken. Oh, das ist cool. Fest das einfach mal so. Das muss mich nicht... Gehen wir unter die Couch. So. Und das kann ich mühelos im Stehen machen. Das ist wirklich cool. Sehr praktisch. Definitiv. Kannst du mit deiner Hand wieder zurückknicken? Ja klar. Einmal zack. Mast du der ein. Mit der zweiten Hand einen Knopfdruck. Und du bist wieder in Flex. Boah, ist ja cool. So, guck hier. Zack. Look at this. Die Lichter sind richtig, richtig cool. Sehr, sehr schön. Übrigens, wie die Leute wissen wollen, wie lange es braucht zu laden. Ihr braucht circa drei Stunden das Ganze zu laden. Bei Eco-Betrieb eine Stunde. Bei Eco-Plus 30 Minuten könnt ihr saugen. Und bei Maximalbetrieb 11 Minuten. Das Ganze verkürze ich um ein paar Minuten, wenn ihr den Flexrohr benutzt. Da auch die Bürste drin ist und natürlich die LEDs. Was mir gerade noch aufgefallen ist, wenn ihr zum Beispiel den Eco-Modus drin habt. Also hier den Surface funktioniert weder die Düse noch vorne die LEDs. Guck mal, siehst du ihn direkt da rumfliegen? Die ersten Muckelhaare. Ja, genau. Die haben ja hier, wie gesagt, Tiere. Und das ist schon ziemlich praktisch. Look at this. Nehmt hier oben den ganzen Filter raus. Da ist der Dreck drin. Und einfach entlernen. Kein Anfassen für Allergiker sehr gut. Dann haben wir einmal die Wandhalterung. Damit bringt ihr das an die Wand. So, das Netzkabel. Einmal hier anstecken. So, wenn ihr es dann an die Wand gebracht habt, könnt ihr einfach euren Staubsauger da rein tun. Und dann lädt das automatisch. Und dann könnt ihr eure Bürsten selbstverständlich hier durchschieben. Von unten. Ich glaube auch von oben geht es. Es ist egal, in welche Richtung ihr das macht. Geht nach oben, wäre das hier ein bisschen schwieriger. Nach unten, so zack. So, das ist hier die Standardbürste. Aber wir haben noch eine Animalbürste. So sieht die aus. Sie hat auch ebenfalls LEDs vorne. Und das ist gut für Couch und so weiter und so fort. Ich leg's das mal an. Ihr seht, der Behälter ist jetzt aktuell leer. Ich geh jetzt einfach mal über die Couch, wo Muckel und Fiona gerne liegen. Die LEDs. Dann die Kautzerbürste, die sich dreht. Mhm. Dann gehen wir einfach mal hier drüber. Das sind ordentliche Haare. Boah, was für ein Volk, ey. Kühlt's mal an. Das ist mal ein bisschen Muckel und Fiona. Jetzt schauen wir mal unser Ergebnis an. Oh, hier sehe ich schon. Einfach eine dritte Katze. What the heck? Guck dir sagen. Und das war mir ein bisschen Couch, was wir jetzt gesaugt haben. Oh, wir haben jetzt gerade wirklich nur ein paar Sekunden gesaugt. Und er hat einfach alles gefangen. Wahnsinn. So, und ich hab diesen wunderschönen Staubsauger nicht nur für die LEDs besaugt, sondern ich hab auch was für euch besorgt. Und zwar mit dem Code TUTOPONIS20 bekommt ihr 20% auf so einen Rowenta Staubsauger. Leute, das ist hier unten in der Bibelgeschreibung. Findet den Link dazu. Einfach mal vorbeischauen und kaufen, wenn ihr möchtet. Und wir werden jetzt eine Zeit lang diesen wunderschönen Staubsauger testen. Wenn ihr es sehen wollt, könnt ihr selbstverständlich auf Instagram vorbeischauen. Dort in den Storys werdet ihr immer wieder von uns Berichte hören über dieses wunderschöne Ding. Kommt gerne vorbei, wenn ihr Bock habt. Und ja, Dankeschön fürs Einschalten. Das war das kleine Unboxing. Auf dieses Video kommt es zu weiteren lustigen Videos bei meinem Kanal. Links und rechts findet ihr das auch schon mit. Das ist auch den Vertreten mit. Und direkt damit, glaube ich, kostet. Da bin ja mit keiner weiteren Videos mehr verpasst. Ihr habt nichts verstanden. Ich auch nicht. Also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.